Hallo und herzlich willkommen zu Watch Dogs. Ja, wir machen hier weiter. Ich habe mir ein paar Folgen versaut. Ich weiß nicht warum. Sie gingen ein Stück wie verloren. Der Ton wurde nicht gut aufgenommen. So, jetzt spüren wir den Typen auf. Wir waren nämlich bei Niks Geburtstag und da hat sie so einen Anruf bekommen. Jetzt müssen wir ihn verfolgen. Dieser Short Carrier, das kann ja lustig werden. Hier weiter. Und go. Der fährt glaube ich ein bisschen zu schnell. So, hier mittendurch. Den holen wir uns schon noch. Jetzt haben wir ein anderes Auto geräumt. Scheiße. Wir müssen ihn wieder reinholen. Tut mir leid. Haben wir mal reagiert. Du machst mich manchmal echt wahnsinnig. Komm zurück, okay? Ich verspreche, ich schlippe nicht wieder aus. So. Aiden? Du verfolgst diesen Spinner, oder? Du verfolgst ihn also gerade. Das glaube ich ja nicht. So ist das nicht. Hör auf den Helden zu spielen, Aiden. Lass es einfach. Lass was? Ja, die Verbindung ist schlecht. Ich kann dich nicht hören. Du kannst mich genau hören. Du musst jetzt sofort aufhören. Ja, hallo? Bist du noch da? Ich hör nichts. Ich muss los. So. Die Nicole hat gerade angerufen, weil sie wollte nicht, dass wir den verfolgen, aber wir haben den doch verfolgt. So, wir fahren jetzt mit dem Pfosten rein. So lange nicht. Warum ist er rausgestiegen? Weiter. Ja. Nach rechts. Links. Weiter. Ja. Ich hoffe, wir holen uns den noch stehenden. Das war jetzt nämlich ziemlich scheiße. So, da. Das verfolgen. Den holen wir uns nach. So, so. Warum kann der nicht stehen bleiben, oder so? Scheiße. Ich glaube, das müssen wir das Ganze nochmal machen. So. Hier erwischen wir ihn, glaube ich. Okay, jetzt habe ich eine neue Pistole. Was müssen wir jetzt noch machen? Hacken wir den mal. Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja, kann ich ja kaum glauben, dass ich mich für den Telefonstreich bezahle. Nicky Pierce, ja. Ich werde die Schlöße erwähnen. Und das Kind. Aber es wird sich falsch an. Dann umgeht es ja. Okay. Jetzt haben wir jemanden in der Schlöße. Und wie? So. Explodiert er? Sollen wir jetzt ein Auto? Ja, das brauchen wir nicht. Hier. Können wir ein Auto bestellen? Ich habe das CTOS im Loom. Dann sollte ich den Armin. Ausfällig machen können. Tun wir das. Loom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loom. Das ist besser. Selbst der Künftung, das ist das Zentrum einzukommen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewachen. Das wird also nicht reinfahren. Seid vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährdet. So. Jetzt haben wir Akt 1, Große Bruder und Mission beendet. Können wir uns ja mal... Nun können wir immer noch kein Auto liefern. Loom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewahren. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Hier, jetzt können wir. Na, kurz warten. Hier. Hier. Das wäre geil. Hier nix. Hier nix. Hier nix. Hier. Gibt's hier nix besseres. Sport. So. Weiter. Erstmal sehr realistisch in die Wand fahren. Scheisse. Das Motorrad raucht schon. Wenn ich nicht fahren kann, soll ich es bleiben lassen. Ich muss aber hier durchfahren. Und so kann nichts. So rüber. Ich glaube ich gehe mal da zur Bank oder so. Ist das hier? Okay, Spuren in der Nähe. Hier. Wo ist das? Ist das hier? Spielen wir es mal. Jetzt haben sie die Spur aus Goldmünzen. Ein. Ich will Scarf Run spielen. So. Ich gehe da rüber. Nächste. Nächste. Und da. Das ist voll komisch. So. Hier. 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 Vielen Dank.